Colorado-Kröte gegen Gila-Monster. Eigentlich vertragen sich beide Tierarten wunderbar miteinander. Wäre auch blöd, denn hier im siebten Stock leben sie schließlich zusammen. Heute aber kämpfen beide Tierarten um den Titel Tier des Monats für den Monat August. Beide Arten sind übrigens giftig. Während aus dem Gift der Gila-Monster ein Medikament gegen den Diabetes Typ 2 entwickelt wurde, lecken experimentierfreudige Menschen die Colorado-Kröten ab, um sich in eine Art Rausch zu versetzen. Wer ist dein persönlicher Favorit? Schreib es uns in die Kommentare.